hallo werter patienten und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge project nomads und wir starten jetzt natürlich mit unserer reise in die piraten dinge und dafür würde ich allerdings sehr sehr gerne und ich kann das ziel benutzen ach so ja klar aber halt nur um da kommt noch mal springen wow das war ein bisschen strange okay schießt meine kanon alleine dort vorne kann das sein hmm gut schießt diese kanone etwa auch alleine ist das wäre natürlich cool ja wir usen sie mal klingt kaputt wenn ich einfach drauf halte wichtig ist bewege ich mich da gerade nein kann ich ja nicht gut das heißt wir müssen ja so da so da durch kommen wir ja nicht drum rum deswegen usen wir jetzt mal den watchtower ne 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 schön weiter fahren das gibt es noch die kanone von alleine schießt ja tut sie das heißt ich kann meine an die andere kanone dort hinten gehen wieso ist mein backpack denn empty doch gerade nicht erst noch aufgeladen na gut ist ja ungünstig was zum teufel ist passiert ähm was war das vermutlich war ich ja ja wir wissen dass die kinder von alleine schießt das heißt vermutlich müssen wir schneller schießen also müssen wir selber noch in die andere kanone gehen und mit drauf halten oder weiß ich das jetzt aber immerhin soweit dass es von alleine schießen kann wir usen den watchtower und das müssen wir uns ein bisschen beeilen dass wir rechtzeitig an der kanone sind ja rander und mit auf die dinger gehalten hier ach gott oder ist noch eine müssen wir mich nicht gesehen kacke verfluchte vielleicht muss ich mir den andere kanone ein bisschen anders hinstellen hm nicht einfach aber machbar ich stimme einfach die kanone um die zweite ja ja ist das irgendwie gut ja ich kann das doch überspringen mit der escape taste das sind jedes mal anhören müssen also man merkt das sind die älteren spiele ne die sind nicht ganz so einfach das ist ja kein problem wir können ja uns das hier einfach mal umpositionieren oh es sind da und legen jetzt den gun tower nein nicht nur vor die sondern hier rechts ran und starten hier die genau jetzt gehen wir da weg ja rander den schieße ich schon auf den anderen dass der auch kaputt geht sonst zerlege ich den gleich habe ich letztes mal nämlich einfach nicht gesehen ah gut das haben wir geschafft ist denn hier jetzt also ich und man schießt da was auf uns nee draufhalten 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 oh gott ja 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 die kaputt die kaputt da drüben gut dass die dinge nicht nachladen müssen oder sowas das wäre nämlich nicht ganz so einfach puh oh da schießt was auf uns ich hoffe einfach dass die kanone das gleich ins visier nimmt und ich während das auf das andere schießen kann alles äh kanone ah verdammt das sind ja mehrere von den dingern wow 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 okay das ist ein verteidiger so ein gefährlicher ballon den kann man aber eigentlich recht leicht vom himmel holen zerlegt den auch noch bitte ja ja die eisen ist unter attack ich weiß ein weiteres automatisches geschütz wäre natürlich super ne ich muss erstmal die aus dem weg ballern weil wenn wir dagegen fliegen war es das geh kaputt geh kaputt geh kaputt geh kaputt wo das knapp und ich zerlege erstmal den hier was ja nicht so lange dauern soll gehst du jetzt mal kaputt hier danke du auch gut jetzt haben wir gerade mal eine sekunde pause da kann ich mal ganz schnell das hier reparieren gehen ja einmal repairen und jetzt wieder in die eigenen kanone usen dann kommt der mist ach ja ja verteidigungsanlagen sind nicht schlecht ne ach jetzt schießen die dinge halt weiter das ist das problem die haben eine reichweite alter wir haben es gleich durchgeschafft puh ein moment wir speichern mal ganz kurz hier ab es war nämlich nicht einfach und usen die jetzt wieder gehen also wieder rein kanone worauf stehst du ah ok vergisst die frage ah ok der hat sich kurz neu ausgerichtet kann ich das schon von hier zu legen ja kann ich sehr schön dann müsste ich doch eigentlich auch den von hier zerlegen im moment da ist was zum anvisieren dann halte ich einfach mal in den rauch achso das ist ein neuer zeppelin na gut den habe ich gleich zerlegen können es hat mir zum glück gesagt wo ich hinschießen soll ich muss also eigentlich nur das orangene zielen und früher oder später geht es kaputt kanone da ist äh was worauf du ziehen könntest wenn du so freundlich wärst oh dann ist da ein autoaim drin wirklich erst jetzt dass da so ein bisschen autoaiming ist aber wir könnten da gut durchkommen momentan vielleicht jetzt mal das zum reparieren nutzen sollen die zeit aber egal wir halten drauf die zeppelin sind zum glück schwer zu verfehlen kanone nimm du doch bitte die kanone ins visier ach schön dass du jetzt auf die idee kommst auf zu schießen ja jetzt zerlegen wir mal schnell den angriffs die angriffsdinger von denen oder nach kurzem dort hinten sind wir richtig eng aber ist schon gut so ein zweiter kanone ohne die würde man das nie im leben schaffen dass da ein bisschen was mit zerlegt wird ist schon ganz gut wenn das die kanone auch heute machen würde oh das wird eng das wird richtig eng das wird richtig eng das wird richtig eng das wird alles knapp das wird richtig knapp hier huu ok das war knapp das war richtig knapp das hätte hart nach hinten losgehen können oh da kommen angreifer die es gleich zerlegt hat da hinten ist gerade irgendwas in die luft geflogen auf jeden fall das sah nicht gesund aus ich guck mal ganz schnell wie sieht es denn hier aus mit bisschen repairen ja 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 mein backpack ist empty nein quatsch ja das wollte ich doch haben will ich noch das hier schön reparieren gut und hier gehen wir wieder rein oh ein flieger der ist lustigerweise gegen unseren tun geflogen ja übrigens muss man aufpassen wenn man auf den eigenen Turm schießt kommt ein Bomber angeflogen und zerlegt einen ziemlich äh äh schnell und brutal nicht dass die irgendwo von hinten kommen noch mit einem Flieger habe ich da nicht gerechnet irgendwann mal wir kommen hier ganz gut durch durch die Piratenbucht durch die Piratenschlucht Schlucht Schlucht ist glaube ich Pirate Cave hieß es wenn mich nicht täuscher kommen wir im Moment ganz gut durch es ist halt die automatische Kanone die da echt hilft oh da ist wieder was zum draufschießen oh da sind sogar gleich drei zum draufschießen das wäre schön wenn ich vorher einen zerlegen könnte na verfluchte Mist dann nehme ich mir den da vor das ist jetzt nochmal ihre Hauptangliffsfälle hier ne sehr schön und der dritte geht auch gleich dann dem wirklich guten automatisch geschützt äh mach das ganz mach das ganz und am allerwichtigsten äh das müssen wir auch überreden das vergesse ich immer das hier ist ja mein äh wichtigstes Teil ja das haben wir repaired und ohne das können wir nicht fliegen ich dachte schon das wärs jetzt ne das müssen wir nicht das Repairn mal oh 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 da kommen Verteidigungsanlagen das wird eng rein da draufhalten ich halt mal ein bisschen auf die da dass da ein bisschen was von denen kaputt geht hier mal neu ausrichten und jetzt ja so so ja ja die Eisner ist unter Tech ich weiß ich meine wenn die Kanone erstmal was ins Visier genommen hat ne die linke dann zerlegt sie das ziemlich gut aber es dauert halt manchmal eh sie das tut wir richten uns erstmal richtig aus so sehr schön da kommt ein Flieger Leute Kanone könntest du den kurzerhand äh aufs Korn nehmen genau oh der fliegt aber ziemlich tief der Kollege hat sich aber ausgeflogen wow 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 hier kommen sie aber oh Moment noch was ist denn das zum Teufel was ist denn das für ein Koloss könnten wir den mal als erstes bitte der ist zumindest schön groß zum Treffen der könnte langsam mal vom Himmel fallen hier danke äh nein einmal Repair Repair möglicherweise sind die automatischen Kanonen ja da um halt so ein bisschen was um ihre Koexistenz aufzuweisen und wir reparieren in der ZT den Mist raus und ich nimm die Kanone aufs Korn die dort unfreundlicherweise auf uns schießt also die Kanonen ist halt die halten grad echt viel aus ne das klang aber nicht gut oh hat mich erschreckt alter ich hab die 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 Verteidigungsdinger vorher nicht gesehen und damit die hier geschafft haben die den ab die Passage weißt du das können wir auch schon jetzt machen speichern nochmal ab haben wir geschafft dann können wir die Kanonen auch mal ein bisschen ignorieren da ist wieder ein paar Verteidigungsanlagen in Form von Helikopter äh in Form von Schusszeppelin Schusszeppelin diese Ding haben eine so abnormale Reichweite dort hinten ich glaub's nicht das ist doch nicht gesund also besonders nicht für uns ich nehm mir das rechte Ding vor erstmal das dahinter sieht aber gut nach Ende aus äh automatische Kanone ist dir der todbringende Helikopter aufgefallen? ja nein ich weiß das mal hinten sind oh wieder diese oh verdammt sind es gleich drei Kanonen automatische Kanone hättest du mal die Güte mit zu schießen das ist für mich ne ganze Menge was da auf uns hält ah gut jetzt wird da mit der Kanone von der Kanone eingedeckt kann ich mich um die Ziele hier kümmern bei denen ich die Chance sehe dass ich es zerlege im Moment da kommt noch was angeflogen oh jetzt fahren sie mir nochmal was auf ey das Gute ist dass das Ding es wohl nicht lange machen wird so ihr Koloss ist zerlegt ah später kann man übrigens selber auch fliegen darauf freue ich mich ja schon wenn ich dann selbst fliegen darf da sind die dann erst recht kein Problem mehr diese kleinen Flieger wow oh oh da scheint noch ein bisschen was zu kommen oder sind das das sind Standkanonen äh ich nutze mal die kurze Sekunde der Ruhe ein bisschen was zu repairen ah nein nein Repair muss auf jeden Fall ob man das Lighthouse und das andere Ding reparieren gehen nein scheiße aber gut wir haben vor kurzem was gespeichert hoffe ich ich hoffe sehr ich kann jetzt auch gespeichertes laden ja load the game das hier bitte puh dachte ich mir schon was das für eine Richtung kommt hab ich die Zeppelin einfach nicht raus gesehen ich werde jetzt noch jede Passage immer mal speichern und dort dann also wenn ich hier gespeichert habe einmal durchgehen dann halt ne damit wir auch sinnvoll weiterkommen also ganz ohne speichern alter es machen muss ich halt nur konzentrieren wenn sonst von irgendwas überrascht wird und das ist halt ungünstig ja ein bisschen die Schussnachrichten jetzt müsste es doch ansatzweise dran gehen oder ja automatische Kanone ist dir aufgefallen dass wir da beschossen werden und zwar werde ich jetzt das nächste Speicherung nach dem Angriff mit dem einen großen machen ah da sind wieder drei Hauptkanönchen ja 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 die Eisen ist under attack das dachte ich mir schon ändert sich jetzt aber gerade jetzt zerlege ich erst den hier rechts äh den hier links dann den da und da kommt jetzt zerlege ich das Ding noch ganz schnell und jetzt kann ich schon auf den mithalten der glücklicherweise gleich unter Frontalfeuer steht das Ding ist halt so groß und damit ziemlich Bank sinkt ja bei diesen Angriff fällt man eigentlich gut ab finde ich wow aufpassen dass ich nicht erst wenn ich mein eigenes Zeug schieße ja diesmal sehe ich sie aber auch äh F1 speichern drauf halten diesmal gleich und halt echt in den Nebel gerät und die dadurch halt nicht rechtzeitig sieht komm schon zerlegs 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 sehr schön ich will jetzt hier nicht immer so kurz vom Ziel nochmal abkacken das heißt wenn wir das hier erledigt haben sieht dies nach einer kurzen Feuerpause aus das ist wenn wir hier kurz abspeichern und ich ganz kurz einmal durch reparieren gehe ah jedes mal verklicke ich mich und das kostet hier halt echt gefährlich viel Zeit nein wir repaaren das kommt da schon was auf was wir schießen könnten nein das sieht aus das hätten wir überlebt puh meine Fresse das war's jetzt aber echt noch am Ende hier repaaren und wir sind durchgekommen das war hatte es ja jetzt echt in sich das klingt nicht gut gut dann erstmal wieder speichern gut dann jetzt reparieren wir mal die Insel durch dem Zeug geht es noch ganz gut wie es aussieht ja das dachte ich mir dass es euch ziemlich erwischt hat weil euch habe ich nicht einmal repariert aber ihr seid halt auch momentan nur Energielieferanten ne wenn ihr mir halt kaputt geht geht der halt kaputt so und das Leithaus hat nochmal eine Reparatur bekommen und dann können wir jetzt den Watchtower benutzen um da heranzufliegen die Kanone ist auf automatisches Ziel ich richte sie nur einmal richtig aus äh ja bitte dreh dich in die Richtung in die Richtung dieser Sache die richtet sich automatisch neu aus was kann das sein muss ich da mal gucken ob ich das da nicht selbst äh aha okay ja ich sehe die erwähnten Monster wir halten mal rein da einfach drauf halten einfach fröhlich rein halten weißt du was ich glaube ich geh mal selber in die automatische Kanone und mach erstmal vorne sauber so wobei jetzt müsst ihr doch auch allein schießen ne was ist das Rote da aber wie benutze ich ihn ähm ähm äh äh vielleicht geht das wieder zurück auf die Heimat ich hoffe die kommen hier nicht rüber ja okay und wie zum Teufel nutze ich die jetzt F ist es nicht mhm den Battlespell gut ja wie wir den genau benutzen finden wir in der nächsten Folge raus ich bedanke mich wie immer fürs zusehen lasst gerne ein Like oder ein Kommentar da wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bis dahin euer Professor Kreeb vom Asylum of Gaming Ciao!